Nun, wie ihr wisst, Greifenmund, ist auf mein Wort Verlass. Ihr erzählt es mir, damit ihr mich um Hilfe bittet. Mich und die Seeadler? Mich und die Seeadler. Wenn es jemanden gibt, der dabei sein sollte, wenn Xera in der Splitter abgenommen wird, dann auf jeden Fall ihr. Der Splitter. Damit können wir diesem ganzen blutigen Meer ein Ende setzen, wenn wir sie, wenn wir den Splitter in die Hände bekommen und der Admiralität übergeben, beziehungsweise dem Reich. Mit dem Admiral habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Ich auch nicht, aber ich bin mir sicher, dass die richtigen Leute zum richtigen Zeid wissen werden, was zu tun ist. Nemroth weiß das. Er weiß es immer. Wenn dies natürlich eine Falle ist, könnte es auch unser aller Untergang sein. Wisst ihr, von wem der Brief kommt? Nein, wir konnten dies nicht herausfinden. Wir haben aber unsere Vermutung. Was für eine Vermutung. Es ist durchaus möglich, dass der Brief aus Oron kommt. Er tauchte kurze Zeit später auf, nachdem wir gesehen haben, dass die Plagenbringer die Oronische Blockade vernichtet hat. Es steht zu vermuten, dass man in Oron genug von Xerans Piraten treiben hat. Wie mir Dachmani mitgeteilt hat, hat er die Oronische Blockade aufgehoben. Zumindest einen Teil. Nicht in diesem Maße. Wir haben Dachmani bei der Arbeit gesehen. Aber diesmal wurde sie vollständig hinweggefegt und wir fanden die Wurzelzeichen der Plagenbringer vor Ort. Er hält einmal fordernd die Hand auf und erwartet den Brief. Er wird ihm übergeben. Sieht mir doch schon nach einer recht weiblichen Handschrift auf, wenn man das so sagen kann. Sehr sauber, elegant, gut geschwungen. Jemand, der weiß, wie man schreibt. Hm. Oron, das könnte sein. Und während es mir nicht unbedingt gefällt, einem anderen Heptagchen in die Hände zu spielen. Muss man dann gestehen, dass dies eine einmalige Gelegenheit ist. Mit meinem Schiff kann ich auf alle Fälle vor Ort sein. Wenn wir weitere Schiffe hier aus Kuntjom oder anderen Häfen anwerben wollen, dann wird das relativ knapp. Aber ich kann auch gerne noch einmal mit Dachmani sprechen. Ihr werdet da vermutlich mehr Einfluss haben als ich. Ich wäre euch zutiefst dankbar. Was mache ich? Es gibt noch eine Sache, die ihr wissen müsst. Es geht um mein Schiff. Ich habe von Nemroth gehört, dass er euch eine kleine Läucher gegeben hat. Hm. Das ist länger her. Was wisst ihr über... Objekt Nummer 10, die Dämonen-Marchige-Zeitenspinne. Hm. Sie wurde vor ein paar Wochen bei Valusa gesehen. Ein Angriff. Du hast recht. Sie hat Valusa angegriffen und wie es der Zufall so wollte, waren... Ich blicke mich im Raum und um meinen Kameraden um. War ich in der Stadt. Wir sahen uns beinahe überrannt, als es jemandem gelang, das Horn des Effer ertönen zu lassen und die Arche lahmzulegen. Und so wie sie tot auf dem Eis lag, ergriffen wir die Gelegenheit. Und stürmten sie in meinen Händen das schwarze Schwert, Jamish Aquam, das wir gerade erst von den Barbaradianern zurückgebeutet hatten. Die tote Arche, betäubte Arche. Vor uns liegend, kämpften wir uns ein leichtes an Deck, entschlugen den Kapitän. Viburn holt jetzt seine Pistole vom Gürtel und legt sie demonstrativ auf den Tisch, richtet die Mündung auf dich. Und drang bis in den Steuerraum vor, wo uns offenbar wurde, dass man diesen Halbdämon mit dem Schwert kontrollieren kann. Und ihr kontrolliert jetzt ein schwarzes Schiff mit einem schwarzen Schwert? Nicht mehr, nein. Seine Gnade nach Matthias kontrolliert es über seinen wahren Namen. Den wahren Namen eines Schiffes. Wir haben in dieser Zeit fantastische Erfolge reinfahren können. Es wird schneller, größer und beweglicher als jedes andere, das ich jemals gesehen habe. Wir haben vor drei Tagen... Wir sind danach in die Sargasso-See vorgedrungen und heute wieder hier. Die Knöchel von Sani sind ziemlich weiß. Hat sie gerade zur Faust geschlossen und drückt zu. Es gibt einen Grund, weshalb das Schiff noch nicht zerstört wurde. Auf den bin ich sehr gespannt. Die rechtmäßige Tochter... Ach, eine Geweite. Verzeiht. Wollt ihr, Karinor? Nein. Verzeiht, dass ich dazwischen gesprochen habe. Die rechtmäßige Tochter von Trondwig von Bregelsaum ist an das Schiff gebunden. Und unsere Anti-Magier arbeiten noch daran, sie zu lösen. Bregelsaum. Der alte Pflanzenkundler aus Warung, ja? Eben jener und kein anderer. Und seine Tochter lebt? Sie lebt, wenn man es denn so nennen kann. Von der Anführung von Perraianian habe ich gehört. Dich hielt es doch für nicht sehr klug, das Schiff um jeden Preis zu vernichten. Bevor die Magier genug Zeit hat, Perraianianen dort hinaus zu lösen. Mit einer Wahrscheinlichkeit, die ihr überleben garantieren kann. Das heißt, ihr spielt am Schlund der Erzdämonen um eine einzige Seele. Und es kann sein, dass dabei viele weitere Seelen in den Abgrund gesorgen werden, ja? Genauso viele können gerettet werden. Diesen Schiff können wir endlich anfangen, die Abtarchen wieder zurückzutreiben. Feuer mit Feuer bekämpfen. Und dort die Gäste wieder an uns zu reißen. Tatsächlich haben wir bereits dem Feind viel Schaden zugefügt. Und wir haben natürlich geweihte, vor allem des Praias an Bord, die um das ständige Seelenheil aller an Bord befindlicher sich kümmern. Und ihr habt Boran angegriffen und den Hafen eingeäschert? Mhm. Habt ihr Hafax gesehen? Nein, aber Manning. Manning? Und den ist es nicht schade. Hm, ich fürchte, er wird überleben. Wie das mit Paktirern so ist, aber wir konnten den Admiral von Romelis stürzen. Romelis? Den kenne ich auch noch. Ja. Na so gut. Ich werde auf hoher See sicherlich nicht unterscheiden zwischen der einen oder der anderen Arche. Ich werde mich in spätestens zwölf Tagen an der Küste von Rulath aufhalten mit meiner Seeart da. Und dort jede Arche vernichten, die ich dort treffe. Wir werden uns den Splitter holen und dann Nemroth übergeben oder wer auch immer er schickt. Mehr kann ich nicht verlangen. Gut. Wir werden da sein. Also gut, Konplats. Resovic, wir brauchen mehr Männer. Geh zum Elfer-Tempel und lass sie den Schwur spüren. Eier, Kapitän. Gut. Ich werde, wie gesagt, mit Darmani sprechen und vielleicht können wir auch das Zauberschiff organisieren. Ich weiß, dass der Sultan von Kunchum die Seefahrt nicht, sondern dich schätzt und keine große Kriegsflotte hier im Hafen bereithält, die er zu einer solchen zu einer solchen Maßnahme losschicken wird. Auch nicht, wenn es um den Splitter geht, aber mit den der Drachener Akademie lässt sich sprechen. Je mehr, desto besser. Wir werden uns bemühen, ob wir in Festo Unterstützung organisieren können. In Festo? Das schaffe ich mit der Seeadler nicht. Gut. Das schaffen wir in einem Tag. In einem Tag. Runzelt wieder mit der Stirn. Gut, dann sehen wir uns in zwölf Tagen an der Nordküste von Rulat. So brauche ich es zu sehen, werden wir da sein. Effort behüte. Effort behüte. Wenn sie gerade so rausgehen, sage ich nochmal, wie Braun? Bleibt stehen, spielt nochmal mit der Pistole, dreht sie so ein bisschen spielerisch mit seinem Finger um den Knauf und steckt sie sich dann in den Gürtel. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen. Bist du fertig? Zwölf Tage. Zwölf Tage. Wegritten. Lassen wir mich dann in den Stuhl sinken und den Salin gerade noch besessen hat. Nun? Das ging. Das ging ab, das als ich dachte. Ich dachte, er schießt uns gleich alle. Was zugeben, die Befürchtung hatte ich auch. Nun, es wurde kein Lut vergossen. Das ist doch stark was. Und wir haben jetzt Verbündete. Bei der gute Herr Ahmad, der ist schon bei der Sultane, um die sind auch Unterstützung zu fragen. Natürlich nicht. Ah. Beideil. Nun, erledigt das direkt morgen früh. Ich möchte gerne vormittag noch aufbrechen können. Wenn sie mich denn sofort empfangt? Ich bin mir sicher, das wird ja. In Satz wird sich mein Held. Ich denke, die Sultane hat wichtiger Sachen, als sich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Aber ich werde sehen, was ich machen kann. Ich werde da weiter versorgen, dass wir Reiz von Sterilbrand kriegen. Ja, in der Zwischenzeit kann Ömer unten eintreffen. Du siehst, wie da wohl mehrere Leute unten am Tisch sitzen und gerade würfeln. Der eine von ihnen ist ein Vollmatrose. Sieht wohl auch ziemlich aufgeregt aus. Er ist wohl auch ein Halbelf, ein Halb-Gin. Und ja, unterhält sich da wohl gerade ziemlich aufgeregt über einen Kapitän Sarnin. Sagen um Wogen. Das steht da natürlich auch bekannt. Jeder Seefahrer kennt Sarnin. Ja, da wird mir jetzt was zugegeben. Äh, hier, ihr da. Ähm, ich suche die Hohen Herren. Ich habe da was für die erledigt. Achso, ja. Wenn du hier richtig bist, meinst du Schnattermoor? Der Name wurde mir noch nie mitgeteilt. So ein Einäugiger. Ja, ja, genau, genau. Der Einäugiger wurde er. Der Hässliche mit der schwarzen Hand, ja? Schwarze Hand? Ja, klar. Schwarze Hand, Mann. Musst du mal gucken, wenn er sich einen Handschuh auszieht. Irgendwie so ein Dämonenmal oder was. Der Hässliche mit ohne Auge. Ich glaube, der hat das Auge dem Namenlosen geopfert oder sowas. Aber pss. Genau, nee, da bist du richtig. Du hast was für den erledigt. Jo, die sitzen oben. Also, kannst dich gerne zusetzen, wenn du noch irgendwie warten willst oder so. Ich glaube, da darf jetzt gerade keiner rein. Hier, komm. Ein Satz sind zwei heller, wenn du willst. Okay, okay. Irgendwann sitze ich dazu. Ja, dann, äh, was spielen wir? Ähm, Boltern. Alles klar. Boltern, normale Regeln, jeder fünf Karten hier. Ja, immer fängt an zu mischen und, äh, versuch die beiden übers Ohr zu haben. Mal schauen, was die Fresse dick kriegt. Mit Falschspiel. Ja, alles klar, alles klar. Das sieht auch gut aus. Hast natürlich für diesen, äh, für den Fall der Fälle noch irgendwelche Karten auch in deinem Ärmel und, äh, kannst dann verschieden mischen und, äh, legst immer wieder die gleichen Karten nach oben, wenn du dann abhebst und wieder, äh, nicht wegbrennst und so weiter. Und ja, äh, das gelingt dir ziemlich gut. Kannst nochmal eine, äh, Kartenspielprobe hinterher schmeißen. Und, äh, ja, die sind gerade, also der, gerade der eine, Fajarion, ist wohl ziemlich aufgeregt. Ähm, oben ist gerade wohl ein ziemlich wichtiger Besuch, äh, Rateralsanin mit seinen Offizieren. Und, ja, Jaland, wie gesagt, als, ähm, vielleicht namenlos Geweihter, man war, namenlos Paktierer, man weiß es nicht so genau, ähm, viel, viel Munkel, was da so irgendwie im Laufe entstanden ist mit seinen, äh, verschiedenen, äh, ja, Geweihten, die er mal hatte. Er hat wohl, äh, ja, auch einen Charybdorot-Paktierer unter seinen Männern gehabt und hat mit dem dann, äh, die Dämonenarche, ja, gesteuert und ganz, ganz wilde Geschichten, die sie da erzählen. Ja, der hört sich jetzt alles an, äh, ja, ja, das klingt ja alles super interessant. Äh, warum hat, äh, das macht er doch immer, oder? Also die Dämonenarche steuern, oder wie ist das? Tja, ja, also, äh, die, die liegt irgendwo draußen am Hafen, weil du kannst ja nicht einfach so mit reinfahren. Irgendwo draußen im, so im sumpfigen Delta stellen sie die mal ab und die haben jetzt so ein neues Schiff bekommen. Äh, das haben so irgendwie, äh, die haben einen neuen Alan Fahner dabei, der hat dann irgendwie mit der einen oder anderen Händlerin geschlafen und, äh, seitdem haben sie das Schiff umsonst bekommen und das wird jetzt repariert. Guter Mann von uns. Wir haben gute Zimmermänner an Bord, aber, äh, immer mal wieder laufen die hier ein und dann plötzlich haben die, äh, so Haufen von Gold an Bord und hier, guck mal hier, klopft so ein bisschen auf so einen Stahlbarren. Das ist Maraskhan-Stahl. Echter Maraskhan-Stahl. Und, äh, Ragnar, der sitzt, der sitzt gerade nebenan im anderen Kontor, der schläft gerade mit einer anderen Händlerin und will die, glaube ich, auch heiraten oder sowas. Und, naja, zumindest, äh, die ganze Bagage, die hier rumläuft, komplett verrückt, sag ich dir. Jetzt haben wir hier noch irgendwelche anderen Effort-Geweite, die standen hier kurz rum, irgendein, irgendein Nubino oder so, redet und redet und redet und, boah, es ist, der hält einem hier Vorträge. Es ist so, ja, wir haben hier immer was zu tun, Junge. Also, wenn du, wenn du anheuern willst oder irgendwas, was, was wolltest du denn für ihn erledigen? Erzähl doch mal. Ja, äh, ja, ich bin schon angeheuert, ja, der, der wollte mich wahrscheinlich als, äh, Smutje oder auch als Smutje mitnehmen auf seinem Schiff. Als Smutje? Ja, äh, wir hatten, wir hatten mal Ragnar in Port, aber wie gesagt, der vögelt jetzt durch andere, durch andere Kontore sich durch und versucht da gute Preise zu kriegen. Ich glaube, der hat ein Tass, ich glaube, ich darf den Namen nicht sagen, aber ich glaube, der hat einen Pakt mit Antifex oder so. Zumindest immer die besten Preise und richtig schnell, wie er das da raushaut. Zack, 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 zack. Und, naja, äh, das ist ein guter Mann, der Ragnar, aber, äh, ich glaube, er hat schon mal einen Drachen getötet und er hat Belharion Manning den Arm abgeschlagen, sagen sie. Also das ist ein richtig Wutiger. Und dann haben wir hier noch so eine, äh, die, die taucht ab und zu mal auf, so eine Fiona, die verteilt immer nur Hammerschläge, direkt in dein Gesicht, buz, buz, buz. Und dann hast du richtig, hast du richtig die Bergen voll, Mann. Alles klar. Scheint hier ein richtiges Abenteurer-Kontore zu sein. Ja, klar. Und der, der, der Rondrianer, den sie jetzt neu an Bord haben, das ist ein Sklavenhalter. Der, der verkauft ganz viele Sklaven und hat ständig ein neues Kind dabei. Die sehen alle gleich aus, sag ich dir. Oh, und jetzt haben sie plötzlich noch irgendwelche weißen Magier an Bord. Zwei Stück sogar. Einer hat nicht gereicht. Und, boah, weiß ich noch nicht so viel über die, aber da gibt es sicherlich auch noch eine ganze Menge zu erzählen. Ich habe wohl gehört von einigen an Bord, die jetzt noch runtergekommen sind. Ich glaube, die saßen wohl im Knast, in einem Gefängnis irgendwo bei Beilung saßen die. Naja, wurden wohl von der Admiralität gesucht. Und ich weiß nicht, was da passiert ist, aber das musst du mal die Mannschaft fragen, wenn du dann wieder an Bord bist oder so. Willst du hierbleiben, oder? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, dass ich mit dem Hohen Herrn mitgehe. Mit dem Namen losgeweiten? Paktira. Ja. Ja. Du bist ja ganz schön mutig. Das scheint mir auch so. Ja, okay, also... Erzähl mir doch mal die Namen von den anderen. Ich kenne die Namen alle nicht. Die Namen? Oh, da muss ich... Also der mit dem einen Auge, der Hässliche, der hatte mal eine Knappin. Die ist jetzt mittlerweile Ritterin und die kauft sich jetzt, glaube ich, irgendwo ein Pferd oder so. Ich habe die nie wieder gesehen. Das ist Jalan Greifenmoor vom Schnattermund. Und der andere, das ist der Alan Fahner, das ist dieser Schönling, der hat mich mal angelächelt. Ich glaube, der wollte mir einen Popo, aber ist ja auch egal. Kairas, Kairas heißt er, Kairas Karinor. Kairas Paligan? Ich bin mir nicht ganz sicher. Kairas Paligan. Irgendein Alan Fahner-Schagranten-Name. Und der Sklavenhalter, dieser Rondrianer, das ist ein Achmud. Der kommt aus Fasar. Und ich glaube, der hat auch schon mal im Korrgeweiten draußen in einer Stadt versucht, den Arm abzuschneiden. Das habe ich ja wohl auch schon mitbekommen. Das wollte dieser Jalan übrigens auch. Das ist der Kapitän. Zumindest Achmud. Und dann haben wir noch die beiden neuen Magier. Da kriege ich die Namen nämlich. Ähm. Abelmir. Ich glaube, das ist so ein Horas-Facke. Und dann noch so ein Eldan. Oder Uldan. Eldan oder Uldan. Das sind die beiden Weißmagier. Aber ich kann die nicht auseinanderhalten. Wenn die beide in Weiß rumlaufen. Oder mit ihren komischen Gewändern. Ja. Alles klar. Da musst du aufpassen. Wie gesagt. Äh. Sei du mal mein Ohr an Bord. Ich kann hier nicht weg. Ich wurde hier abgestellt. Weil ich muss aufpassen. Aber. Wird mich schon interessieren. Warum. Warum die in Beilung festgenommen worden sind. Warum die gesucht werden. Ja. Ich hatte noch was zu tun. Ich muss ja noch schnell die Ausrufer bezahlen. Moment. Ach so. Ja. Okay. Und immer fisch nochmal los. Schnell die Ausrufer. Die hat er noch nicht bezahlt. um die Leute zu finden für den Piranha-Tempel. Die auf dem Schiff Meeresreiter waren. Alles klar. Dann neigt sich der Tag so langsam, aber sicher dem Ende zu. Zeit für die erste Zigarre und den ersten Wein für Chiarras. Was tut ihr jetzt, wenn ihr oben alleine in eurem Büro sitzt? Atmen. Nachdem wir alle gerade 10 Minuten lang die Luft angehalten haben. Wir werden also morgen auslaufen. Erst. Erst Helpenport, dann Festung, dann Rollert. Ja. Und da wir uns jetzt verpflichtet haben, nur noch mit Störgebrand zu handeln, sollten wir vielleicht ihm einen Teil unserer Waren verkaufen. Natürlich. Kümmerst du dich darum? Ja. Aber ich denke nicht, wir sollten alles vom Stahl verkaufen. Hm. Ich würde den Stahl nochmal auf Heide lassen. Wir haben genug Tabak um eine Weile. Um Geld zurechtzukommen. Ja, das könnte nützlich sein, wenn man mal aus kein Stahl auf Lager hat. Genau. Aber schau mal, ob du einen guten Preis von wegen Reis mal hinbekommst. Herein. Ja. Ömer macht die Tür auf. Ah, so wirst du ja. Alles erledigt. Die Ausrufer sind aufgestellt und bezahlt und rufen jetzt heute und morgen aus. Hervorragend. Dann liegt das restliche Schicksal dieser Mannschaft in Fexens Händen. Du siehst vielleicht, wie wir seine Blicke immer wieder von deinem Auge zu deinen Händen, von deinem Auge zu deinen Händen auf einmal wandern. Ich zieh mir doch vermutlich die Handschuhe wieder an. Ach, du hattest die Handschuhe gar nicht an. Ähm. Hm, 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 hm. Nachdem Sahne ihn raus hat, habe ich sie vermutlich ausgezogen. Okay. Das ist ja doch recht warm hier unten. Ist mir vorher schon mal aufgefallen, dass er eine schwarze Hand hat? Weiß ich nicht, wer der das verbirgt? Also wohl nicht. Ich schaue dir mal Fragen an. Mein Herr, was habt ihr denn da gemacht? Ihre Hand ist ja ganz spart. Ich habe ein Schwer, danke, was das vollständig aus Indurium war und das von Borbara persönlich geschmiedet worden ist. Da passiert so etwas schon mal. Du meine Güte. Ach, war Borbara nicht der Dämonenmeister? Der Dämonen, der Wanderer zwischen den Sphären, der Schänder der Tore. Wenn ihn wie du willst. Jetzt ist er tot. Was wisst ihr von Borbara? Ömer. Der ist irgendwie verantwortlich für die blutige See. Ja, und weiter? Der wird wahrscheinlich der Dämonenmeister sein, weil der irgendwas mit Dämonen gemacht hat. Und in den Kriegen, die da ausgebrochen sind um ihn rum oder durch ihn oder wie auch immer, so genau, weiß ich es nicht, sind ganz, ganz viele Leute jetzt hier verletzt worden, auch mit Wunden, die irgendwie nicht heilen sollen. Ich schaue ihn mal streng an. Erzähl, erzähl er weiter. Ich schaue ihn mal streng an, sag nichts weiter. Sonst weiß ich jetzt nicht darüber, warum? Ich schaue ihn mal streng an, sag nichts weiter. Welche andere Möglichkeiten haben wir denn noch? Wir brauchen eigentlich wirklich neue Männer, wir haben viele verloren. Diese Krankheit lässt sich mit Gurma und Tee behandeln, ja. Soweit ich das verstanden habe, ja. Das sollten wir uns vorher entdecken damit. Richtig. Ich glaube mal, ob Störerbrand da vielleicht getrockneten Auflage hat, ein Fass oder so. Ich werde in den Chortempel gehen und sollten da anheuern. Sagt so viele, wie ihr könnt. Hm. Mal schauen, wie viele noch da sind. Wir sollten uns vielleicht auch umhören, was uns auf Rudert erwarten kann. Ich denke mal, Ceran wird den Splitter nicht umgewacht lassen. Ich fürchte gar, wir müssen die Plagenbringer erwarten. Ich würde sagen, wir sollten uns möglichst ruhig verhalten, was genau diesen Punkt angeht. Er wird Speer überall haben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass hier jemand etwas weiß, ist sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass er davon hört, nicht. Wir sollten uns umhören. Wir könnten ja dem Feind in die Hände spielen. Ich darf auf keinen Fall erfahren, dass wir diese Information haben. Sonst würde er damit seiner gesamten Armee stehen und wir rennen in unseren Tod. Wir schauen mal Achmat an. Ist im Ronra-Tempel denn keine Söldner? Was? Bei uns sind ja auch viele Söldner Ronra-gläubig. Ist das hier anders? Wie meint ihr findet man einen Ronra-Tempel? Einige? Ja. Sollte kein Korra-Tempel vorhanden sein. Vielleicht im Gebiet. Allerdings nichts zum Anwärmen. Ich dachte, vielleicht hättet ihr einige Kontakte. Söldner-Führern oder ähnliches. Nun, ich komme aus Fasar. Aus Fasar gibt es wenige Söldner, die sich den ehrenhaften Zweikampf verschreiben. Das ist nichts, worauf ihr stolz sein solltet. Wieso denn nicht? Söldner sind Abschaum. Nichts anderes außer Blut und Gold im Sinn. Nein, eher, dass sich die Leute aus eurer Heimatstadt nichts aus ehrenwertem Kampf machen. Nun, schaut euch hier um. Wie viele Leute gibt es hier, die etwas aus dem ehrenhaften Kampf machen? Wir sind nun mal nicht im wunderschönen Mittelreich, sondern in Grönchor. Das war vor nicht allzu langer Zeit noch das wunderschöne Mittelreich. Man merkt es gar nicht mehr, wenn ich das so sagen darf. Ja, der Hohenorten. Immer dasselbe. Nichtsdestotrotz sollten wir uns auf jeden Kampf vorbereiten, auf Xeran. Wir wissen nichts über Xeran, oder? Was wissen wir über ihn? Er ist eine wuckelige Mistkröte und hat mehr Gold als alle anderen Leute zusammen. Ich werde bei der Sultana nachfragen. Bei ihr kann man sicher sein, dass sie nicht mehr an dient. Hat der Unschedina. Vermutlich mehr als wir alle zählen können, aber... Piraten, Dämonen-Norchen, diesen seltsamen Boten, den wir an Bord hatten. Und was noch? Dämonen selbst vermutlich, wenn er den Splitter hat. Prosti, weiß ich was über die unbesiegbare Legion? Wenn du in den Kriegen warst, ja, sonst nicht. Du weißt vielleicht, dass Kinder verschwunden sind, aber die sind bisher nicht wieder aufgetaucht. Auch wenn du... Ja, dann könntest du das ansprechen. Und da war... Dann war diese Meisterdiebin. Sie hat das Schwert, die Amisch-Aquam. Sie hat es gestohlen. Und sie hat diesen Jungen dabei. Das sah aber so aus wie ein ganz normaler kleiner Junge. Ein bisschen älter als Hilal, drei, vier Jahre vielleicht. Und wir hatten gerade das Schwert von ihr genommen. Da stieß der einen magerschütternden Schrei aus. Und der wuchs und wuchs. Und dem wuchsen Dinge aus dem Kopf und Zähne. Und ein unglaubliches Monstrum, er hätte es sehen müssen. Wir sind natürlich sofort drauf losgegangen. Die Meisterdiebin, die... Ich habe zwei Bolzen gefressen, was war das dann? Aber das ist Ding. An dem es in Schwerter und Bolzen abgeprallt ist, hätte er blanke Eisen unter der Haut. Na wunderbar. Also sollten wir auch auf Kinder aufpassen sollten, dort welche sein. Ich habe es euch an Bord, ja, habe ich hier schon mal gesagt. Ich traue niemandem. Nicht mehr. Vielleicht sollten wir, auch wenn es mich schmerzt, versuchen noch weitere Magier anzuwerben. Wenn gar nichts... Wenn wir keine andere Möglichkeit haben, vielleicht sogar einige Graumagen hier. Vielleicht in Festum. Korob sollte da Kontakte haben. Vernünftig. Wir sollten sie so kurz wie möglich an Bord haben. Ich bezweifle, dass wir hier Magier finden, die uns begleiten wollen. Wie ich es verstanden habe, sind die meisten Artefaktbauer. Ich bezweifle, dass wir hier Magier finden, die uns nicht bis auf die Knochen ausnehmen werden. Ja, vor allem kein Ptoleminisch, das stimmt. Aber so wie ich das verstehe, sind doch die meisten von denen, die kämpfen können, an Bord ihrer Sulman-Al-Irgendwas. Sulman-Al-Nasori heißt das, Zauberschiff. Genau, ich habe die anderen gesehen. Wenn er wahrlich Magier finden will, die kämpfen können, sollte man vielleicht eher sich im Süden und bei den Akademien umschauen. Dafür haben wir keine Zeit, Karinor. Ich weiß, das ist das Problem. Ich habe auch kein Gemüt für Schwarzmagier. Also was ich von Xera gehört habe, die ist natürlich als nur Gerüchte. Dass er in Mendena wohnt.